Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute zwar mal ein eher spontanes Video und zwar sehen wir mal auf Rush Nation. Damit ihr auch seht, dass es kein Witz ist, seht ihr das hier Rush Nation, RushNation.net. Ich kann euch das auch gerne nochmal hier zeigen, RushNation.net. Und wenn ich hier draufgehe, seht ihr Online und 15 von 100 Leuten. Ich kann auch gerne draufgehen und dann werdet ihr sehen, dass ich keine Witze mache. Und hier sind wir auf RushNation.net. Ja und wie gesagt, der Server ist wieder online. Ich habe es euch gezeigt. Ja und wie gesagt, ihr seht es hier, RushNation ist wieder da. Nur das Ding an RushNation ist halt, wie ihr seht, gibt es bisher nur einen wirklichen Modus. Und das ist halt der FFA-Modus. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe richtige Nostalgie-Kicks gekriegt, eigentlich wie der hier war. Weil ich habe den Server wirklich zuletzt auf dem Handy gespielt. Und das ist schon eine Weile her, seitdem ich zuletzt mal auf dem Handy gespielt habe. Also könnt ihr euch vorstellen, was für eine Nostalgie das war für mich hier. Und ja, ich glaube den Kampf gewinnen wir an nicht. Okay, das war es immer. Na gut. Also das war es eigentlich schon mit dem kurzen Video. Ich wollte es euch tatsächlich nur mal kurz zeigen, dass RushNation wieder online ist. Und ja, damit würde ich auch einfach schon mal sagen, falls euch dieses kurze Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und da würde ich mich freuen, wie ihr beim nächsten Video wieder dabei sein würdet. Und damit würde ich sagen, ciao Leute.